ja okay das erste Wort in dieser Folge ist glaube ich Hitler ja bei mir nicht Prozent so noch mal zählen ja Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Left vor der 2 Tonten schlägt die Tür ein ich höre auf den Tisch um ich habe mal sie tanzen da um und haben Strip dies und nicht bei mir Strip er hat Taten er hat er hat mit uns wir uns nicht getroffen ich gehe dabei werden ihr seid ihr besucht zu bild hier oben ich bin gleich mit der Regen hat wieder nachgelassen Prozent und doch es ist nur am Anfang bis zum Wasser auch ein bisschen ich glaube ich sollte jetzt aber auf den Dächern vorbewegen kommt man zu mir und die Straße für die Straße aber also hier kommt man sich da auch nicht so schnell weiter weiter und sollte man jetzt über die Dächer ging es gehen das ist auch sicher Ruckzuck sagt er mein Sohn also meint meint er dass wir sicher sind ja der Charter Akkurser umsicher Rüstung die uns in den Chartergang er springt da unten rum da ist er auf den Kontext wow fuck ich bin runtergefallen bleib stehen einfach und schlag um mich weil ich schlag einfach mit Katana bis nur um mich rum ich auch nicht ich bin jetzt für die Leiter hochgegangen das nicht my air ja sag ich doch da oben sind wir nicht sicher du warst runterfallen Konten du hast ne Narbe gekriegt von mir ne ja du auch ein paar auf den Rücken von mir ah du hast so ne längliche Narbe so im Schnitt mäßig ist das dein Ernst das sieht nicht schön aus ja aber doch so kreuz genau so kreuzmäßig über den Rücken aber cool ja man ja man ja 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 aber auch mit einem LJ ja doch ich bin ja ich bin ja 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 ich bin ja aber ich habe mich durch die Sparmonie und wenn man die Dänen die Dauer und er ist an mir vorbeigelaufen er ist an mir vorbeigelaufen ich habe ihn Raja klar jetzt hat er schon vorher gelesen ob er sich glaubt man genau geklaut sagt der Alter für diesmal ging alles im rechten Ding zu ja bis zu der Stelle wo es geklaut hat du als die Nummer so ne ey ja da stimmt ich nur was jetzt zu oh Hunter Hunter wo er springt hier ah nein komm wieder hat ihn ach ich hab ihn ja ich geh da draußen lass einfach draußen umlaufen das war gerade ein bisschen zu viel ja draußen ist mehr Action komm hier ist der Spaß sind wir da Aua wer hat mich gerade abgeschossen äh weiß ich nicht naja das sagen sie alle hinterher sind sie schwanger genau das sag ich auch immer aber keiner hört mir zu ich verhüte ich verhüte ja ja ich glaube du hast ich habe ich habe ich habe was Kanatwerfer ich glaube ich nehme mal einfach um ihn zu zeigen ich habe ihn bisher noch nicht gehabt wow das ist gerade was hochgegangen ab jetzt mit Not noch ein Katana Erleuchtungssendweg warte mal wo seid ihr überhaupt ich bin ja hier ich bin ja hier ich bin ja hier ich bin ja hier ah ok wir müssen hier glaube ich rüber gehen über die Straße ich gehe erstmals aus hier ich glaube ein bisschen sicherer das stimmt könnte gut sein sicher und sicher sicher und sicher Aua in der Toilette wir sind ja Sprecher hat mich Smoker hat mich hallo ja ich vor allem hinter dir bis zu aber nicht gut sehr schön jetzt soll ich ein paar zu Schuss die Verpflichtung die Liga ich nehme an die Sprung wo kommt der her ich habe keine Ahnung er sprang auf dem Fall rum so Leute nimmt man das hier und ich habe nur die Prozent und geworfen bisschen klären so Leute nimmt man das hier was hast du da auch ein Great Loungeer oder was was das probierende ist auf jeden Fall seht ihr das war alles geplant als ich das Auto angeschossen habe stellt euch mal vor jetzt hätten wir das Auto angeschossen ja ok wer ist wenn du mal auf Zombies zierst ah ja Entschuldigung echt so zieht mal auf Zombies verdammt bin ich doch ich bin aber keiner wer weiß Charger ne Tank oder ja Tank Boah Tank Ah ne ich bin der Tank ja ganz genau Boah wieso rennt der mir denn hinterher Alter er hat mich über den Zaun geschleudert ich muss jetzt den ganzen Weg zurück rennen ja ich habe hier gerade das Problem dass ich hier unten ich habe einen Great Loungeer kann mich hier unten ganz schlecht verteidigen ich muss wirklich den ganzen Weg nochmal laufen ich bin der Nachloungeer der Tank ist hinter mir her Leute der Tank ist nicht hinter dir her Achtung ne das ist der Bambina her ne mir gehts gar nicht alter mir gefällt das ja alles gar nicht ne mir auch nicht was ist mit Nova er hängt da hinten ja ich bin wohl über den Zaun gesteuert vom Tank ich muss den ganzen Weg normal rennen jetzt nicht weiter auch gut und dann ist dauerlich auch was also falls man ganz schön so fein jemand von falls jemand von uns sterben sollte ich habe um die Friede dabei habe ich auch gewöhnen wer kann er bei mir zum Beispiel alter Spreng Sprengladung mit dem Granatwerfer nun auch doppelt rein haut doppelt rein doppelte Womo heute zum Sonderpreis aber kostenlos gibt es gratis dazu ja wenn sie wenn sie jetzt noch einen Granatenwerfer bestellen kriegen sie diese Sprengladung kostenlos dazu boah Alter und wenn sie innerhalb der nächsten 5 Minuten anrufen kriegen sie noch einen Charger zum testen dazu den hab ich schon verbraucht ja Totten hat es getestet er ist unser Test-Dummy Adrenalin gib her wenn sie in den nächsten 2 Sekunden bestellen dann sehen sie einen Granatenwerfer ach ja dir geht es ja auch nicht mehr so gut doch du gehst die KT er hat es ja nicht gefunden aber die KT ja ja du kannst mir gar nichts mehr erheben paar Waffen drin es ist ein Sofa dieses Sofa also zu Hause was besser als der Waffe ich glaube ich bin bei anderen damit schlagen kann es bestimmt Anni die Garni es mag die nicht ob wir uns den ersten Stock mal guck mal was hier oben schönes ist hoffentlich irgendwas zum Heilen ich humpel dir hinterher ne bis ins Badezimmer toll also langsam redet ihr wie Frauen wisse bisschen Koffer auf in die Bett dann mach mal auf meine oh jetzt ist er zerfetzt ah ne das rotere Feind oh die sind eingesperrt oh Hilfe das Volker Alter Smoker als eiskalt in Falle gelockt ich würde gerne mal meine meine Explosionsschuss hier loswerden aber irgendwie lohnt sich das hier noch nicht ne ich hab keine Munition mehr nur noch ein paar Schuss ich brauche ein paar Zombies damit ich mal schießen kann hoch ich brauche ein bisschen mehr Leben ich brauche ein bisschen mehr Leben ich brauche ein neuer Aufnahmen im Allerwesen wir brauchen alle Engwacht oh Alter ich bitte später im Moment ist ein Song Stormy hinter dir nein nein bitte nicht Aua hat mich aus der Gefecht gesetzt und der Stürmer wird wieder schlimmer kann es sein ja ich komm mal einer von einem Zombie ich glaub ich glaub du bist der Schwarz-Weiß oder? Bist du Schwarz-Weiß? ne das ist ja gut durchschnittlich kriegen die mich nicht weg hier ha oh jetzt ist ein Schutzraum Schutzraum ja rein da ich humpel langsam hinterher oh Munition alter komm ran Drogen nein ey ihr Schweine oh geil so oh Midi-Kids so uns gibt's noch was nicht Scheiße uns gibt's noch eieieieiei alter Schwede das Level hat's echt in sich oh uns kriegt man nicht so schnell ey guck mal ich hab ihn angekratzt ich hab ihn Kratzer gegeben du hast einmal so mit der flachen Hand einmal so rangetatscht wie so ein genau ah hi hahaha das wird nicht so hart ja soll ich jetzt mal runter kochen sonst? ne? was kochen? ich hab Hunger naja Strom gibt's ja anscheinend Kühlschrank mit einmal öffnen regel mal ich mach was wundert mich jetzt aber auch irgendwie wieso gibt's hier Strom aber in anderen Häusern nicht und soll ich jetzt mit Kredi-Lanzer wollte euch mal ein bisschen heilen hier ist noch Minipack drin ja meins wie war das das letzte ah boah ich glaub schon aber ich kann dir Pillen geben die Tonnen also ein so gehe ich nicht mit wow ja bitteschön ja ich weiß aber ich heil mich ja selbst gerade oder auch nicht so den Defri nehm ich wieder mit oh das ist ne find ich gut oder auch nicht 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 okay es ist in Ordnung hahaha so ich sag der mit ja wir nehmen immer noch auf okay hier sind noch zwei Defris Wieso war das nicht gemein? einer liegt da noch? ja ich nehm einen mit willst du geheilt werden? das sieht vielleicht aus Dormier LP muss nicht wiederbelebt werden doch ich finde schon dass er wiederbelebt werden muss ah ich kann ich kanns nur zurückgeben hehehe schade so dann sag ich mal bis zur nächsten Folge was? genau joo tschau bis